So, da bin ich schon wieder zurück. Ihr wisst ja, heute Morgen habe ich mir ganz entspannt den Dr. Strange im Sturmen Stil geholt. Ja, vier Level später bin ich dann schon wieder 20 Sterne reicher und habe mir jetzt mal den Gunner geholt. Sieht eigentlich auch recht nice aus. Ihr seht ja, der Stil an sich ist halt mal wieder komplett was anderes. Also, da haben sich schon was einfallen lassen, was diesmal die Stile betrifft, aber ich hätte gefühlt ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vor allem eine Frage habe ich an euch sowieso. Welchen Stil von den vier holt ihr euch als erstes? Holt ihr euch erst Gunner oder Dr. Strange oder Zuki oder Kiara? Weil die liebe Erisa kriegen wir ja erst, wenn wir die komplette Seite voll haben. Also, wie gesagt, 168 bin ich jetzt. Dadurch habe ich die zwei jetzt. Dann 172, 166 und 180 geht es erst hier weiter und dann kommt die letzte Seite. Aber ich bin halt jetzt hier beim Gunner. Mal gucken, wenn ich mir das nächste hole. Ich bin gerade ein bisschen unterwegs auf der XP-Map. Was heißt XP-Map? Das ist halt 10 gegen 10. Ist eigentlich ganz lustig. Wer Bock hat, kann gerne einfach nachjoinen oder schickt mir einfach eine Einladung an YT-Family. Und in dem Sinne würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video und haut rein.